Liebe Kinder der Nacht, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier im Hause Dracula. Ja, wen haben wir denn hier? Ich hab, wie soll ich's erklären? Also meine Freunde, ich hab ein bisschen weiter gespielt, allerdings nur wirklich ganz ganz kurz, damit wir hier so ein paar Sachen machen konnten. Und zwar, ich hab mir das zu Herzen genommen, was ihr gesagt habt, dass das mit dem Töten so immer nur verhungern oder verbrennen doch ein bisschen langweilig war. Und hier hab ich jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Pool eingerichtet. Das ist so das Einzige, was ich gemacht hab. Ich hab die gute Hermine da mal baden lassen. Das werden wir jetzt auch noch mal ganz kurz demonstrieren, wie das geht. Ich musste hier so einen kleinen Gang machen, sonst hätte das nicht geklappt. Allerdings, wenn der entsprechende Sim dann drin sein sollte, dann machen wir nämlich hier folgendes. Wir gehen dann auf entsprechend bauen und machen hier eine schöne kleine Wand rein. Und dann ist es um denjenigen geschehen. Das heißt, der wird dann wirklich jämmerlich ertrinken. Die gute Hermine wollen wir natürlich entsprechend nicht um die Ecke bringen. Die brauchen wir ja noch ein bisschen. Und insofern seht ihr auf jeden Fall, es funktioniert. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, kann die denn mitschwimmen, die gute? Ne, die ist leider nicht im Inventar. So, beziehungsweise können wir denn den guten Killer bitte mitzuschwimmen? Hier, keine Möglichkeit. Okay. Weil es müsste ja so sein, denn wir wissen, die Sims gehen ja wahrscheinlich nicht so freiwillig da rein. Das heißt, wir müssen dann erst schwimmen gehen und dann irgendwie mitmachen schwimmen. So vermute ich das mal. Hier ist noch nach wie vor die super Party, die gerade schön verlassen wird. Das ist nett. Und dann haben wir dann, denke ich mal, jetzt schon mal ein paar wunderbare Todesarten. Die ist immer noch mit dem guten Killer am Trainieren, Dressieren, wie auch immer. Trainieren, Dressieren, das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut, sagt der Kobold. So, dido, dido, dido. So, Hermine, Hermine, Hermine. Blatt nochmal kurz drin. Das ist schön. Und der Graf. Wo ist der Graf? Graf, Graf, wo bist du? So, da kommt er. Jetzt werde ich mal ganz kurz gucken. Hier, blablab. Geht das? Bitten mitmachen. Ah, wieso geht das nicht? Hallo? Das wird dann ja nicht wirklich was bringen. Hier, Graf Dracula. Keine Möglichkeit der Interaktivität. Hm. Ist das vielleicht zu klein, das Schwimmbad? Allerdings. Was macht der Graf da jetzt? Okay, sie ist wieder rausgegangen. So, Hermine, geh nochmal schwimmen. Wieso kannst du den Grafen... Wieso kannst du den Grafen nicht mitmachen? Keine Interaktivität verfügbar. Ja, es kann natürlich sein, dass es ein bisschen zu klein ist für 2-System-Trober. Wobei, das ist eigentlich... Im Grunde ist das Blödsinn. Moment, ich mach mal ganz kurz Pause. Geh nochmal auf Bauen. Äh, nochmal. Schwimmbad. Wieso geht das jetzt nicht? Muss ich das ganz abreißen? Scheiße. Aber wieso, meine Freunde, funktioniert das nicht? Wieso können wir hier keinen rufen? Der Graf geht pennen. Keine Interaktivität verfügbar. Aha. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Verstehe ich nicht. Ich geh mal trotzdem wieder auf Play. Kann das denn sein, dass es aber... Eigentlich müssten doch da locker zwei Leute schwimmen können. Wir machen, wir gucken das mal ganz kurz aus. Hier, gehen wir schwimmen. Graf, ich will das mal ganz kurz sehen, ob das prinzipiell überhaupt geht. Nur, was ich nicht verstehe... Äh, Hermine, du bleibst auf jeden Fall drin. Was ich nicht verstehe, ist, dass... Das mögliche, was er doch echt zu klein ist. Aber eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Nö, er geht doch ganz brav rein. Zibbeldiwupp. Oder, geht er nicht rein? Was los, Grafiboy? Gehst du rein oder gehst du nicht rein? Hallo? Hallo? Herr Dracula? Ja, es scheint natürlich echt... Wirklich vielleicht zu klein zu sein. Okay. Okay, dann machen wir es anders. Dann werden wir es wirklich nochmal komplett... Oh, jetzt geht er doch rein. Äh, mein... Also, ihr seht, es geht. Und das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Hatte ich eben schon gesagt. So, jetzt hier mal... Hermine, du gehst jetzt mal raus. Du gehst jetzt mal raus. Raus. Hallo? Und das dauert leider alles ein bisschen lange. Die ist ja immer noch kräftig am Umkippen. So, Hermine, raus aus dem Bums. Hermine. Hermine. Jawohl, da ist sie draußen. So, kann der Graf denn die jetzt... Hermine nachdenken lassen? Geht das nicht mit dem Bitten mitmachen, schwimmen? Ich dachte, das ginge immer. Hermine über mich nachdenken lassen. Ja, dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie wir die Sims hier reinkriegen. Vielleicht muss ich aber auch den... Moment, ich probiere nochmal folgendes. Ich, äh... Bauen. Vorschlaghammer, haben wir den hier nochmal raus. Beziehungsweise, ne, den wollte ich gar nicht rauszuhauen. Moment, da muss ich ganz kurz mal hier gucken. Zip. So, machen wir nämlich jetzt folgendes. Zack. Vielleicht ist das zu klein. Vielleicht brauchen die mehr Platz. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, jetzt testen wir das nochmal. So, wenn er dann zurückgeht, zurückgeht, zurückgeht. Jupptidai. So, wo ist Hermine? So, kann er dir jetzt Gedanken lesen? Irgendwie funktioniert das nicht. Warum funktioniert das nicht? Nach Dachfragen. Okay. Ja, meine Freunde. Ich kann es gar nicht sagen, warum das nicht funktioniert. Wer da vielleicht eine Idee oder einen Trick oder einen Tipp, wie auch immer hat, kann das gerne sagen. Ansonsten haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal hier einen coolen Pool. So, hier müssen wir nochmal ganz kurz wupptidab, wupptidab, hier, Pipette, die nette Pipette. So, können wir auf jeden Fall eine nette Poolparty schmeißen. Ich hätte ihn ja ehrlich gesagt gerne ein bisschen größer, den Pool, aber nun ja. Soll erstmal reichen. Wir gucken mal, wie das so weiter sich gibt, das ganze Spiel. So, zawuppt, diddadab, das runter. Wen haben wir hier? Ist das ein Paparazzi? So, da werden wir nämlich jetzt folgendes machen, meine Freunde. Ist das ein Paparazzi oder ist das ein Zombie? Megan Rump, das ist auf jeden Fall ein Vampir. Wir pennten daneben. Streunender Hund. Okay, dann machen wir doch mal. Zähne zeigen, komm, wir zeigen mal die Zähne. Obwohl, das ist auch ein Vampir. Ist das denn ein Paparazzi? Oder was ist das? Das könnte auch ein Zombie sein. Denn es ist ja zunehmender voll. In zwei Tagen ist voll. Kommt, ne, irgendwie nicht, ne. Was macht die hier? Was macht die hier? Zeige die Zähne. Oh, sie hat auch welche. Klar, sie ist auch ein Vampir. So, nach drinnen einladen. Wir gucken mal, wo sie so hingeht. Wobei Vampire, ich denke mal, ich weiß nicht, aber da gibt es ja wohl hier wohl genug. Hört denn der Hund zu ihr? Alter, was hast du hier eigentlich verloren? Hier ist hier nicht deine Baustelle, oder doch? So, nach drinnen einladen. Okay. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz, äh, klein auf den Blick, da klingelt mein Telefon. Sofort wieder bei euch. So, meine lieben Leute, da musste ich ganz kurz drangehen. Das war wichtig und mir ist ein kleines Missgeschick passiert, denn ich habe vergessen, auf Pause zu klicken. Wobei ich hier gerade sehe, ist das der Vampir? Hermine Feuerstuhl, wieso pennen die denn da in dem Bett? Ich habe tatsächlich vergessen, auf Pause zu klicken. War schon ein ziemlich wichtiger Anrufen. Insofern hoffe ich, dass ihr mir das nachseht. Ich glaube, die Vampirdame ist weg, wenn ich das richtig sehe. Äh, ja, die scheint auf jeden Fall nicht hier zu sein. Ich gehe jetzt auch mal direkt wieder auf Palais. Und, ja, tut mir leid, äh, bitte dich zu entschuldigen. Was ist das, Hermine, oder wer ist das? Äh, äh. Ja, das scheint Hermine zu sein. Gut, ja, der Vampir ist leider weg. Haben wir verpasst. Äh, werden noch neue Gelegenheiten kommen. Okidoki. So, ähm. Was machen wir jetzt hier? Trick lernen. Okay, der gute Killer ist hier auf jeden Fall bald perfekt dressiert. Was, was lernen wir jetzt? Ah, wird nicht näher angezeigt. Einfach nur Trick. Okay. So, Graf Dracula, mein Freund. Du solltest dich jetzt mal umziehen. Outfit wechseln. Abendkleidung. Ja, warum das jetzt hier mit dem, äh, mit dem Schwimmbecken nicht geklappt hat, ist egal. Wir lassen das erstmal drin. Sollte sich da mal jemand verirren, äh, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Hm, so. Okay. So, okay. So. Ähm, pardon, dieser Anruf hat mich gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber ich, äh, werde mir nichts anmerken lassen. Okay, ähm, Grafi Boy, was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Ich muss mich ganz kurz mal orientieren. So, gut, der muss noch mal trainieren. Bedeutet, wir müssen noch mal zurück zum Fitness Center. Wo haben wir das? Ich muss mich jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen orientieren. Ähm, äh, ist doch ein bisschen anders als der andere Kram. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Fitness, Fitness, Fitness. Was haben wir denn hier? Ach, hier ist... Okay, Tieradoption. Okay, ne, Tiere brauchen wir erstmal nicht. Wie gesagt, mit der Katze weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Und, äh, blut, blut. So, okay. Wo ist denn dieses verkackte Fitness Studio? Sorry, habe ich nicht gesagt. Da ist es doch so. Äh, äh, besuchen, genau. Du musst jetzt auf jeden Fall noch mal eine Runde trainieren, denn das hier muss abgeklammostert werden. Und, äh, nun ja, da rennt er hin. Also ist es natürlich schon wieder tags. Es ist nicht gut für ihn, aber im Fitness Studio denke ich, man dürfte nicht viel passieren. So, Hermine, wann mussten du denn eigentlich arbeiten? Äh, du lüt. Was machten die eigentlich? Okay, die fetzt sich wahrscheinlich mit der... Nö, jetzt sind sie ein bisschen grün geworden. Das ist schön, wann mussten du arbeiten? Oh, heute um 13 Uhr. Das heißt, die muss gleich zum ersten Mal los. Das ist gut, dann gucken wir uns nochmal an. So, Kill hat gelernt, sich zu rollen. Also, die kleine Bonilla ist echt super, muss ich sagen. Meine Freunde, die ist super. So. Mein Freund Dracula, du wirst jetzt hier nochmal eine Runde trainieren, denn dafür werden wir aktuell bezahlt. So. Gucken wir mal. Oh, was ist denn das da? Ach, das sind Wehrwölfe. Okay. Na, zu viel Triller von Michael Jackson geguckt, oder was? So. So, dann muss er trainieren. Wie lange muss er noch? Okay. Vier Stunden. Okay, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. So, gehen wir nochmal zurück zur Hermine. Ja, denn den Grafen, den werden wir im Moment noch keinen Job machen lassen. Wir werden ja irgendwann hier die Karriere des Bösen auf jeden Fall bestreiten. Allerdings, wenn wir jetzt zwei Jobbende Sims haben, dann wird das hier irgendwie ein bisschen langweilig. Es sei denn, wir haben ein paar Gäste dann irgendwann im Hause, da müssen wir mal gucken. Aber ansonsten, ich weiß es nicht so genau. So. Da ich jetzt auch meine Stoppuhr vergessen habe, weiß ich gar nicht, wie lange wir gerade aktuell unterwegs sind. Wir lassen noch ein bisschen hier die ganze Sache laufen. So, mit Magie spielen, macht er nochmal ein bisschen. So, während wir nochmal kurz zurück zum Grafen gehen. Killer hat Pfötchen machen gelandet. Was ist hier los, Alter? Gewichte stimmen. Geht das nicht? Geht das nicht, oder wieso? Scheint nicht zu gehen. Was machen die denn? Die kloppen sich. Kloppen ist die Sache des Grafen, nicht eure Angelegenheit, meine Freund. Okay. So, Hermine. Die ist noch ein bisschen was am... Okay, da kommt ihre Fahrgemeinschaft. Wir gehen mal kurz mit. Erster Arbeitstag. Gucken wir uns mal kurz an. Okay, während der gute Killer hier mit seinem Baller spielt. So. Hermine, meine Süße. Arbeiten. Hallo. Hallo? Warum dauert das so lange? Hermine, du musst zur Arbeit. Hallo. Wahrscheinlich die Texturen der Arbeitsklamotten. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. So. Killer ist hier lecker am Ballspielen. Aber da quatscht ja noch irgendwo ein magischer Spiegel. Oder habe ich das hier falsch gehört? Okay. Der Graf hat zu Ende dreht. Das ist gut. Dann gehen wir direkt wieder nach Hause. So. Die Arbeitsklamotten haben wir jetzt gar nicht gesehen. Normaler Betrieb. Was kann man denn alles machen? Betrug. Ja klar. Wir bescheißen ohne Ende, meine Freunde. Dafür machen wir den ganzen Quatsch doch letztendlich. So. Mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Das Outfit. Ja. Ja. Sieht irgendwie aus wie Badeklamotten. Okay. Aha. So sehen also Wahrsager von heute aus. Ein bisschen seltsam ist ja schon. Ein bisschen seltsam ist ja schon. Allerdings. Hm. Auf jeden Fall schöne Musik hier. Ja. Wunderschöne Sinti-Musik. Ha 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 ha. So. Der Wagen ist natürlich auch wirklich ganz nett gemacht. Allerdings. Ich bin ehrlich. Dass man da nicht rein kann, finde ich ein bisschen schade. Aber das ist natürlich immer so. So. Wir gehen nochmal ganz kurz. Was war denn das da? Wildpferd beobachten. Aha. Und was war da bei Hermine noch? Den Geist von Doreen sehen. Wer immer Doreen sein mag. So. Okay. Ja. Schönes Schwimmbad haben wir jetzt hier. Kann der Graf auch mal ein bisschen schwimmen gehen. Okay. So. Wo steckt denn der Graf jetzt? Der fährt wahrscheinlich nach Hause. Genau. Das müssen wir jetzt erstmal ganz kurz klar machen. Dass ihr ja nicht Daumen im Besen nach Hause daddelt. Der ist schon wieder hier am Spiegel. Alter. Du sollst nach Hause gehen. So. Und dann werden wir mal die transsilvanische Nobelkarre hier als Standardgefährt reinstellen. Oh Gott. Irgendwie hakt das hier gerade alles ein bisschen ab, meine lieben Leute. So. Okay. Allerdings. Okay. Okay. Allerdings. Ich möchte hier die schönen Götterflügel. Besitzer festlegen. Hermine. So. Was macht denn der gute Graf jetzt? Hier machen wir mal ganz kurz auf Halbmast. Ach. Ist schon auf Halbmast. Okay. So. Länger bleiben. Murphy's Gesetz kennt keine Grenzen. Ja gut. Komm. Wir machen das mal. Erster Arbeitssatz. Da kann man sich ja mal ein bisschen Schleimerische geben. Was kannst du denn hier alles für Optionen eigentlich einklicken? So. Normaler Betrieb. Überzeugend. Verkaufen. Kundenkreistreffen. Gruppenlesung. Vor allem mit dem Mentor lernen. Okay. Machen wir mal ganz kurz hier. Kundenkreistreffen. Was immer das sein mag, meine Freunde. Machen wir mal ganz kurz. Machen wir mal ganz kurz. Was macht der Graf derweil? Oh Mann. Das nervt echt ab. Der ist so selbstverliebt. Der alte V. Das glaub ich alles gar nicht. So. Okay. Kennt er denn schon irgendjemand? Okay. Der gute Poppy. So. Irgendeine Paparazzi-Dame. 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 Machen wir mal ganz kurz. Kein Paparazzi. Star-Level. Aha. Oberschule. Mhm. Und schon wieder. Jetzt will er sich schminken. Meine Güte. Der Graf ist echt. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Hahaha. So. Killer, mein Freund. Dem Grafen folgen. Ja, der Junge ist treu. Das wissen wir. Und das haben wir auch so eingestellt. Graf, mein Freund. Ich denke mal, du solltest dich jetzt mal ganz kurz hier um den Geier kümmern. Mhm. So. Bring dir mal ein bisschen was zu quatschen. Bei begrüßen. Fröhlich. Lieder. Verängstigt. Wütend. Ja, komm. Lass den mal ein bisschen rumfluchen. Hahaha. So soll es sein. Wir sind immerhin im Hause Dracula. Da sind auch die Geier böse. Hahaha. Die Dame liest hier ganz in Ruhe. Moment. Was war das denn? Den Graf beschnüffeln. Okay. Der Mann ist Vampir. Der schnüffelt. Riecht da wahrscheinlich gar nichts. So. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Ah. Ja. Ich habe den Namen noch nicht geändert, meine Freunde. So. Okay. Okay. Und kann er jetzt fluchen oder was? Naja. Meine Freunde in der Nacht. Ich werde jetzt hier mal auf Pause knipsen. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht genau, wie viel ich hier so versäumt habe und wie lange die Folge wird. Tut mir leid für den Telefonanruf. Der war allerdings sehr wichtig und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir dann wieder ganz normal und ungestört hier unsere, sagen wir mal, bösen Fähigkeiten voll und ganz ausspielen. Und ja nun. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß in der Sache und wir müssen uns jetzt auf jeden Fall mal um Gäste das nächste Mal kümmern. In diesem Sinne verbleibe ich wie gehabt. Liebe Leute, ich danke und sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Freund, haltet euch wacker. Ciao, ciao. Euer Spiel gegen 45. Tschüss.